Ich glaube, man sieht da einen riesigen Unterschied. Ja, Leute, hallo und willkommen hier zu einer neuen Runde FIFA Champions League 2019. Heute trifft der die Reds gegen Porto. Ich glaube, das wird wieder ein Sieg für Porto. Ah, das haben wir schon bekannt, ob ich nichts möge, aber ich habe mir den nicht mehr genau. So war es. Oh, da bist du Spieler, da holst du. Kannst du es nicht? Ja, super. Kannst du es nicht mehr so aus, oder? Nein, ist es nicht mehr so aus, oder? Nein, ist es nicht mehr so aus, oder? Nein, ist es nicht mehr so aus? Franzose, oder? Ersti, was? Ich glaube, er ist Franzose, okay? Kongo. Da hast du doch MBMB, oder? Alles Wurst. Nein, ändert gar nichts für die Mannschaft, die sich so schadet. Ich glaube, die Franzose schadet auf Kongo FC. Ja. Wir werden sechs Minuten eingestellt, der Bimbo. Wenn der noch zu lange dauert. Ja, sechs Minuten, wie gesagt, auch das letzte Mal schon. Gibt es heute sechs Minuten? Ich nicht, Schatz. Schatz. Und dann das Halbfinale natürlich... Acht gibt es heute? Halb Stunden. Acht Minuten. Und der Rest, also das Finale nachher zehn Minuten. Halb Stunden? Was ist das dann? Na, zehn Minuten. Du mal zehn Minuten braucht es. Jo, ähm, die Scheißkomontoren. Ich höre das sowieso nicht, das ist egal. Guck, was ist das die Scheißkomontoren? Na, wir können nicht hören. Uh. In den letzten drei Spielen drei Tore. Wieso war das nicht so die Bistoleisterung? Im letzten Spielen zwei Tore. Bist du der Boss und was war das los? Wieso war das so los? Das war das so los. Man denkt es auch so. Ich bin jetzt hier wieder hin. Uh, uh, schaut, da steht dir was ganz gut so glücklich. Also, bitte, komm. Uh, flat, aber. Bist du, blöd, 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 blöd. Stimmt, er hat glatt. Uh, von Teig. Ganz vorne. Er hat ein Bord. Er muss richtig füllen. Er hat nur ein Kohl oder so. Uh, alles an. Bitte, ich muss sabine. Da kommt, ob ich ausprobieren. Das hab ich nicht gesehen. Da hab ich nicht gesehen. Da hab ich nicht gesehen. Da hab ich eine Klaze. Also eh selbst Verbindung? Ne, mehr Verbindung. Ah, er stimmt. Ah, er stimmt. Ferminion. Oh, mein Gott. Das ist ja kein Ciro, oder? Ganz hinten. noch in firmen ja mann soll ja auch stellen alles also ist alles an alt motiv von teig roberts und verbindende benaltung kräfte salamanie und roberto fern und jungen klopp es mir für salio m salam wo mann verbündung oder verfolgen ja kassel aus emitao Philippe, Bebe, Delas, Corona, Herrera, Torres, Brahimi, Marika und Sofaria, sehr bla bla. 4-4-2. Und ja Leute, ähm, ich brauch's nicht, wo sie sagen wird. Ist egal. Ähm. Stepp oder die Reds-Gräfen, doch klar? Die Reds-Gräfen haben wir ja nur Verteidigungslufter. Wie, wie mal's mit dem Team, der kann gar nix damit. Ihr könnt jetzt schon mal ne Wette ablegen, wie viel das Match ausgehen wird. Ich sage 18 zu 0, Kappa. Ich sag 7 zu 0. Für mich. Übertreibt nicht. Uh, der Boll bis jetzt bis deppert. Der ist ja jetzt schon bei 100% bei, oder? Oh, da kommt man nicht! Na, da ist das ein Knopf. Da war doch schon über die Linie, ja. Ja, und eigentlich ist alles gleich wie bei der richtigen Champions League, außer dass Ajax draußen ist und Real drinnen ist. Was das bedeutet? Äh, es gibt ein Mega-Match schon morgen. Oh, da muss ich mir nicht los. Warum rennt er so schnell? Brauchst du's wirklich? Ja. Also das bedeutet, es gibt schon morgen ein Mega-Match. Und fast das Champions-League-Finale, was ich mir gedacht hätte eigentlich. Nämlich Juve gegen Real. Das ist nämlich ein, ähm, extrem arges Mega-Match. Und ja, und vor allem. Ja, wir liegen gerade in Vorung. Wir gehen jetzt, wir schießen jetzt das erste Tor. Wer sich ja fühlt, so verschießt jetzt. BOOM! Rats kassiert das Tor! So, 7-1 gut. 7-1 jetzt. Und ja, wir haben natürlich das alles ausgelost. Also. Ja, aber dann hätte ich nicht schon zwei Scheißmaßnahmen schon drinnen runter. Tottenham gestern, oder heute, keine Ahnung. Haas hoch verloren. Und Lieberbund wird jetzt Haas hoch verlieren. Hehehe, über 3000. Oh mein Gott. Äh, das ist mir gefallen. Da kann ich ja nicht so viel auf mich gedruckt. Huch, uch, uch, uch. Das sind Arnold Spinnen, das in der Ernst? Der ist mein Rättswerteiliger. Oh mein, der bist du. Uh, die Rätts sind scheiße! Die Rätts sind scheiße! Oh, Vantay! Woh, Vantay! Woh, Vantay! Woh, Vantay! Woh, Vantay, Woh, Vantay! Woh, Vantay, Woh. Woh, Vantay, Woh, Vantay, Woh! Unser Bruder? Willi Aldo? Und wer? Kommt von dir. Wollt ihr auch ganz sehen? Nein! Ey, das sieht gut aus. Ja, der kommt aus, der kleine Loser. Was? Komm, schau! Cheers! Das zweite. Boah, wir greifen mal da. Das ist ja Wahnsinn. Huch! Huch! Die haben Probleme! Hihihi! Bis dahin! Was? Ich meine, hast du ein Fünfergetten oder was? Nein, 4 für 2. Ja, genau. Mein Stadterdorf. Und? Fünfergetten. Und die Pricks. Ah! Ah! Das gibt Gold! Pricks! Ich freue mich, dass du gerade wachst. Oh Gott! Oh Gott! Den kann man nicht bezwingen! Das ist unfair! Rot und Freistoß! So ein Ball gesprungen! Mhm! Hat der Schietz, ich weiß nicht was! Gesackt! Nein! Hat der Schietz, ich weiß nicht was! Hat der Schietz wahrscheinlich drei Schlitzer! Oder drehen ein... Nein! Nein! Gar keine Details mehr dazu! Das war aber kein Bock mehr! Nein! Verlässt im Bono draußen aus! Ja, ich weiß genau, wenn im Bon verliert, dann kriege ich ein Gegendor! Oh mein Gott, du jetzt gleich noch, es war so einfach! Oh mein Gott! Das ist zu viel Spaß zu machen! Das ist cool! Das ist ja bis nächstes Mal! Ich habe das Heimfort da wieder! Ich mache zu viel Spaß gegen Porten! Ich mache zu viel Spaß gegen Porten! Nein! Das ist ja so schwer! Oh! Oh! Schieß nicht! Bitte nicht! Ich halte die Ball nicht! Ich meine Porten ist ja so schlecht! Nein! Bitte nicht! Er drückt ja wo das Tor aus! Spam! Spam! Wir haben keine Verlänger mehr! Na! Oh mein Gott! Das ist so schön groß wie Haltung mehr! Das wird nichts! Salah! Salah! Oh mein Gott! Was bist du ein Scheiße? Oh mein Gott! Oh my Gott! Oh my Gott! Bitte du mal! Fist du! Nein Mann! Ich habe genau gewusst! Ich bin die beste Mannschaft der Welt, ja! Oh mein Gott! War die Digger was hat, ihr auch so! das ist die beste manche auf der welt er hat sich die ganze kraft aus dem mann ja vielleicht uns will ja dem ausjahr und vielleicht moderne schulen oder so und hat mir aus zwei handelmann ist jetzt übertrieben schlecht aber heftig ist liepol oder wie heftig ist passen das war mir schon klar dass es jetzt wieder so fähig schon wird und wieder nur probiert dass man das man die mannschaft ich möchte komm schon durchstecken ich möchte durchschießen oh ja oh ja das gibt das nächste tor ja man glaubt dass meine arsch die haben wir es das ist der nächste tor renn corona gut du bist ja recht der flügel ich bin jetzt der grotter kreis der portofan ich glaube der montag von fäinern ist Uhhh Hemi, du bist schon richtiger floppy Ja! Renn seminar mais gerner Meä, ich muss den nomen lesen. OOOOO answers Jesus machts Ach, naaach, naaach! Puh, das gesehen, Leute, so fragil, was wir bei der WM 2010 gewesen, du Loser. Ich mein, wieso kann man sich, wer holt sich denn dein Torwart, Leute? Pickford, mir ist Pickford sogar immer, ob er das verschießen hat, aber die größten Loser der WM, Brasilien, Süßigerfahrens, machen, rutsch der Spieler raus, was er nicht, kann halt, ja, auch mal, ne, aufhört, da, ich will durch jetzt bei den Bayern, warum rutschen die Ola aus? Ich glaube, dass es selber gut ist, wuuuuh, 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 der Kanzler selber gut ist. Ah, das drin. Ah, der geht nicht. Scheiße. Warte, Führung gewesen. Aber das war mir irgendwie, dass ich gegen Liverpool da nicht auch richtig war. Ich spiele mal richtig auf, dran, aber wir 5 zu 0. Fuck. Oh mein Gott, scheiße. Ich muss theoretisch gminnen. Du gibst doch mal den. Alter, über Corona geht so viel. Coronaaaa! Oh, Scheiße. Man kann die Roller geben. Meine Batterien sollen auch. Ich hab nichts gemacht, mir ist er noch hoch geflogen und ich hab die Batterie verlassen. Komm schon! Mach auch nicht, bist du eine scheißloser Sache. Hey, Pfeife ist auch los. Wuuu, danke! So, der zweite, hey, nach dem Match gibt es jetzt die zweite Raten. Ich muss noch schauen, vielleicht auch einen guten Spieler. Jeder hat das einfach so. Julian, war nicht immer die scheiß Mannschaften gekriegt. Ist das teures, der Fernando? Nein. Tio Wiener, tschüss. Erkopf. Verbrengen Sie, Erkopf. Es geht zwei. So, und jetzt rasieren wir! Liverpool! Obwohl, naja, die Rückrunde möchte ich noch nicht spielen. Die Rückrunde möchtest du nicht spielen? Da, drei auf! Richtig! We-Cut! Wuuu, die Zerperse zu spät. Also, ich bin immer später! Ja, also, Frühkommenswürden. Okay. F***! Oh, die Zerperse-Huren! Oh, f***! Ja, die Zerperse-Huren! Das war überhaupt so, oder? Oh! Er trägt den Schuhs aus 3-3-4-4-4-4-4-5-5-1-S-S-A-R. ein kratzwerk er trinkt um kein bohn wenn er von gewünscht ist ja der ist ja wieder auf kratzwerk gezielt ja ich glaube die haben noch kratzwerk schießen das ist ein 20es training was er mag und lauftraining, dass es wieder so schnell ist das ist ein negeres 20es was es gibt kratzer ich sehe die kratzungen und da gibt es ja noch 2000 kinder ach come on das war ja nicht mal bohn gespielt bei dir der robertson der hat aufgekalt oder der ist richtig gut geworden der 4h tratt um das ist ja wahnsinn ich zeige ihm wie man richtig rennt militao weißt du was militao ist die hermann stadt von son militär gott sei dank er war zu aggressiv ne 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 so geht es nicht der schieze kräft der hart durch eine bewegung wenn ich gleich schon den kentischen meine wasser was ich mir wieder verloren jetzt war der kassi dass sie das war ich war mit der welt vorbildbar die er heute in vollen durchspann worden von aus mann ich glaube nach aus war wo wo das war ja nicht braten so Warte, der Robertson, der ist irgendwie Rotzengift. Er greift auch und es tut weh. Es ist echt der Wahnsinn. Ich hab deinen Lieben gesehen, oder? Bist du deppert? Hat er, hat er. Boah, ich will nicht schon wieder vor. Ich bin doch drückt. Nein, es ist so ein dreckiger Hund. Oh, ich hab' den Idiot. Was? Woll ich bohlen? Ja? Manni! Manni! Ja, jetzt gönnet er nicht mehr. Manni, komm! Manni, letzte Meter! Ja, das war so ein Loser! Loser, du! Gatter! Du renn! 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 Sweaty, gell? Aber das war ja Prost, und dann haben wir reingeschossen, und wir können nicht mehr da sein. Ja, fuck. Nein, das war's jetzt. Oder? Schade. Du machst mir ein Bastel. Jetzt haben wir die Euphorie. Ja, die Euphorie, ich hab' gesprengt. Ich hab' gesprengt die Salah. Wetten, wetten, bei der Geburt vom Salah haben sie schon eine Bombe einpflanzt? Die gehen in 20 Grad Luft. Pass auf, bitte. Die gehen 20 Grad Luft. Was für viele Champions, die spielen ab, äh, äh... Das ist immer das Gleiche. Wir kriegen noch endlich immer eine gute Mannschaft. Es macht keinen Spaß, du schürst da durch. Dann müssen wir uns trotzdem anziehen. Es gibt ja einen Absatz, Absatz! Ich hab' mir gar nicht mehr gesprengt. Ja. Du, Mina! Außer das König! Ich hab' mir davor gewonnen. ... da kommen wir alle hin. Jetzt haben wir den Zehn nochmal weg. Ich hab' mir noch mal gekleidt. Das ist in Ägypten. Das ist ja Wombeinpflanzt. Die Karte ist auch deep. 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 Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.